Herzlich willkommen beim Vorkurs Mathematik der Universität Wien. Mein Name ist Michael Eichmeier und ich bin Professor für globale Analysis und Differenzialgeometrie hier an der Fakultät für Mathematik der Universität Wien. Ich bin ebenfalls Initiator des Projekts Mathematik macht Freude Freunde, im Rahmen dessen dieser Vorkurs abgewickelt wird. Nun, aller Anfang ist aufregend und das trifft ganz besonders auf den eigenen Studienbeginn zu. Auch wir sind sehr aufgeregt. Es ist etwas ganz Besonderes, Sie bei Ihrem Studienbeginn ein Stück weit zu begleiten. Wir machen das nicht zum ersten Mal. Es ist mittlerweile der vierte Vorkurs im Rahmen des Projekts, den wir gestalten. Natürlich ist es ein Vorkurs unter besonderen Bedingungen. Wir haben viele Vorkehrungen getroffen, damit er sicher für Sie ablaufen kann. Wie Sie bereits wissen, ist der Vorkurs zunächst einmal abstrakt in fünf Bereiche geteilt. Bereich 1, der heißt, so viel rechnen muss sein und betrifft in besonderer Weise das Arbeiten mit Papier und Stift, das ein besonderer Schwerpunkt des ersten Semesters in Mathematik intensiven Fächern darstellt. Der Bereich 2, das ist die Geometrie, insbesondere die Trigonometrie und die Vektorrechnung. Bereich 3, die Differenzialrechnung, Bereich 4, die Integralrechnung und Bereich 5, die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Am heutigen Tag, da beginnen wir damit, die gemeinsame Aufregung abzubauen. Ich bin schon dabei, meine eigene Aufregung abzubauen. Wir rechnen uns im Bereich 1, also bei so viel Rechnen muss sein für die Woche und das Studium warm. Wir beantworten so gut wie möglich Ihre ersten Fragen zum Studienbeginn, nehmen uns aber auch im Laufe der Woche natürlich viel Zeit für Ihre Fragen und entscheiden, in welchem Bereich Sie morgen arbeiten werden. Dazu bekommen Sie eine Aufforderung über den Moodle-Kurs, eine Umfrage auszufüllen. Ziele für diese erste Woche, für diese Vorkurswoche ist Ihr Ankommen an der Universität Wien, Sie hier wohl einzubetten, Ihr schulisches Vorwissen zu aktivieren, vielleicht leicht auszubauen und gegebenenfalls Lücken zu schließen. Erinnern Sie, dass alles, was Sie hier im Vorkurs lernen und tun und erreichen und erarbeiten, ein Vorsprung für Ihr Studium ist, etwas Zusätzliches. Viel mehr noch aber als das Vorwissen zu aktivieren und Lücken zu schließen, ist ein Schwerpunkt des Vorkurses, zu lernen, wie man Lücken schließt und welche Unterstützungsmaßnahmen Ihnen insbesondere im Bereich Mathematik hier an der Universität Wien zur Verfügung stehen. Wenn Sie irgendwelche Anliegen zum Vorkurs, zu Ihrem Studienbeginn haben, von denen Sie meinen, dass wir Ihnen weiterhelfen könnten und ganz besonders, wenn Sie Fragen zu Covid haben, bitte ich Sie gleich ein E-Mail an mmf.univ.ac.at zu schicken. Wir werden uns bemühen, Ihre Fragen raschestmöglich zu beantworten und sie gegebenenfalls weiterzuvermitteln. Ab 19 Uhr eines jeden Tages finden Sie auf der Webseite des Vorkurses das Programm des jeweils nächsten Tages, insbesondere in welchen Seminarräumen welche Bereiche gestaltet werden. Ich bedanke mich abschließend ganz herzlich für die Unterstützung meines Teams bei Mathematik macht Freude Freude und Unterstützung vieler Kolleginnen an der Fakultät für Mathematik und der Universität Wien insgesamt. Und ganz besonderer Dank gilt den Mathematik-Coaches, an die ich Sie jetzt übergeben darf. Das ist mir wirklich ein Fest. Ich wünsche Ihnen viele schöne neue Anfänge hier an der Universität Wien und einen rundum gelingenden Studienbeginn.